Nina Klein von der Frankfurter Buchmesse. Mir hat das hier sehr viel gebracht, also ich war leider nur einen Tag dabei. Aber für die Frankfurter Buchmesse ist die wichtige Frage auch, wie ist die Stimmung in der Branche, vor allem wenn es um die Kooperation geht, auch mit den Kreativbranchen Film und Games, also den angrenzenden Kreativbranchen. Wie ist überhaupt die Stimmung angesichts der Herausforderungen der Zukunft? Und ich fand die Atmosphäre sehr offen, das war sehr, sehr interessant. Und es hat mir sehr viel gebraucht.